hallo und jetzt willkommen zurück zu einer weiteren folge dead by daylight mit den michi der halsschmerzen hat und heute ganz freiwillig da ist mit den sebi morgen und den wachs ja mich ist nicht freiwillig er hat ihn gezwungen dazu ok eine bearbeitungs mikey das muss ich rausschneiden weil der mich ist ganz freiwillig hier ja wir sehen uns nach der lade wieder tschüss freiwillig hier wenn ich jemand fragt das haben wir so vertraglich abgemacht vertraglich ja wo ist der vertrag sag mir den vertrag her bitte den haben wir verbal abgemacht michi und du hast verbal unterschrieben im vertrag steht ausdrücklich du darfst nicht viel reden und husten ist verboten weil du ganz freiwillig hier bist nein wir lassen den michi jetzt in ruhe ja er kriegt zwar keine extra und wenn er und wenn er michi gefragt wird antwortet er auch gefälligst noch frisch ja mit schmerzen alles klar kannst du bayerisch ja du wohnst in bayern ja kann ich schon aber mit halsschmerzen und blablabla da ist so schwierig doch wir sind hier auf autohaven schrottplatz ist hier irgendjemand von euch Guck mal, ich kann zwei Bären fallen tragen, juhu Alter, was ist das für ein Geräusch? Genas, mach dir mal irgendwie einen Fehler Jo Aha Hallo 123, der Mikey kommt vorbei Ach du heilige Scheiße Der Assoziale kommt jetzt gleich Einen wunderschönen guten Tag Oh, hier ist ja gar keiner Hallo, wo seid ihr? Hallo meine Lieben Oh, hallo Oh, das sind ja zwei Oh, das finde ich ja geil Hallo Max Komm, befreie dich mal Will niemand den Max helfen? Max, komm, befreie dich Los Max Soll ich dir helfen, Max? Komm, ich helfe dir mal Ja, wickel dich mal frei Ich will ja nicht so sein Obwohl, ach komm Max, lass mal Ich muss hier erst mal was fixen, ne? Max, wieso redest du nicht? Wir haben Angst mit dir Oh, Max Komm mal her Ich will dir was zeigen, Max Mit meinem Kniepel Max, guck mal hier Das hier ist der Keller, eh? Du magst auf den Keller, oder? Ne Au Ey, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung Komm zurück Komm mal Du bist Fenster, haut da ab Hallo Max Ich seh dich Max 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 Ja, komm mal hier Da kann ich auch rüber Max Max Max, 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 Max Max, 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 Max Max, 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 Max 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 Ich bin weg Max, 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 Max Hallo Max Max Sorry Max, aber ich bin ein bisschen in Zeitnot Deswegen Ja, guck mal, das ist so ein schöner Haken, oder? Hallo Hallo Organisieren wir mal kurz der Bärenfalle, ne? Hallo, Bärenfalle Ja, wer ist denn da hinten? Hallo Guten Tag Ja, komm, geh zu deinem lieben Max Hallo Wo seid ihr? Hallo? Wo seid ihr? Hallo? Ja, liebe Michi Ja, liebe Michi Max, du kommst mit Lassen wir das, was der gute alte Michi da gemacht hat, mal ungeschehen lassen Hm? Wann hältst du davon? Guck dir diesen, welchen Haken willst du? Den? Oder den? Hm? 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 Entscheide dich, entscheide dich schneller Komm hier, welchen willst du haben? Au! Ei, du läufst nicht weg Max, 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 Max Ahx, Max, Max, Max Lot, wo ist er hin? Oh Gott Ahx, Max, 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 Max Näh, 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 näh Keine Lust mehr Gut, diesmal kommst du noch so ungeschoren davon Aber beim nächsten mal Beim nächsten Mal Ja So Ah ja, macht ihr nur Ich krieg euch eh noch Hm Wer ist hier, wer ist hier, heimlich doch Ach du Hallo Wo haben wir denn den Sebi Ich weiß, dass du hier bist Sebi, pass doch auf Einen Generator müsst ihr noch Und ich weiß, wo der ist Wo Ja, ehrlich Ach du Scheiße Ich hab doch gesagt, ich weiß, wo der ist Max, 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 Max Nein, hör auf, lass mich in Ruhe Axt, Max, 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 Max Axt Scheiße Feck dich Sebi, 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 Sebi Sebi, Sebi, Sebi Sebi renn Michael, machst du grad Ding? Äh, was Ding? Der Dings, Dings Ja, das Dings, Dings ist Äh Oh, nicht schon wieder Max, 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 Max Max, 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 Max Sebi, renn, Sebi renn, 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 renn Axt, Max, 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 Max Alter Geht raus, geht raus Axt, Max, Max, Max Warum wollt ihr den lieben Max nicht retten? Wo bist du, Max? Das ist, ich lass euch auch ne Chance Halt euch doch gegenseitig, was macht ihr? Scheiße Wo ist denn der reingelaufen? In der Bärenfalle Ah, da hinten Sebi, Sebi, Sebi Scheiße Nein Komm, lauf Michi, Michi, Michi Michi, Michi, Michi So Und jetzt könnt ihr alle Ach ne, die Eingänge sind offen, ne? Michi, Michi, Michi Nein Na ja gut Immerhin ist so der eine Eingang offen, ne? Der andere ist ja noch zu, also Michi Doch Nein Nein, nein, du Arsch Auch Sebi, Sebi, Sebi Michi, sterb mal schneller Ich brauch den Haken Ja, kann ein bisschen dauern Doch Tja, scheiße, ne? Ihr habt so richtig scheiße gespielt, Jungs, ne? Ach, guck mal, wer kommt denn da? Der Sebi Sebi, Sebi, Sebi So, Michi, jetzt mach mal hin, ich brauch den Haken Der Sebi will hier immer Alter Der lässt mich mal im Boden liegen Tja Tja Oh, Sebi Guck mal, der Haken ist braun Nein, 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 nein Du Arsch Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich Lass mich Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Wickel dich raus Ist überhaupt den Eingang offen? Ja, der Haken ist kaputt Ja, ja, ja Wickel dich raus, wickel dich raus Nein, der hat mich auf Bunde gelassen Guten Tag Piss dich mal Der Weg geht raus, der Weg geht raus Das Problem, er legt uns immer die ganze Zeit Jaja, aber das deckt sich mit der Zeit des Wegen und so Ja, weiter Alter, das ist nicht dein Ernst Dann will ich dann trotzdem auf dem Boden Kein Ernst Komm schon, komm schon Ja, du schaffst es Nein, das schaff ich Nein Schleif, nein, 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 nein Okay, einer hat es geschafft Scheiße, ja man, warum geht der Haken kaputt, wenn der Michi da dran hängt Ey, Michi, nimm mal ein bisschen ab, ey Ey, okay Alter Mein Haken Wäre das ein Online-Match, hätte ich 12.000 Blutpunkte bekommen, ey Und die Bären-Traps vollgekriegt Naja, das war der spannende Runde Alter, du bist aber ein Sack So, ich fand die Runde geil So, Leute, haut rein Tschüss Ciao Tschüss Oh, ich wiese Bären